Vor einigen Tagen habe ich ein Video über Cheater in Minecraft Hardcore gemacht. Einige von euch haben mich dann in den Kommentaren gefragt, wer überhaupt cheatet oder ob ich mal genauer zeigen kann an einem Beispiel, wie man sowas entlarvt. Also daher willkommen zu meinem Video über Flash. Kurz bevor wir starten, wollte ich aber nochmal sagen, ich habe Flash sogar eine Nachricht geschrieben und gefragt, warum er cheatet oder warum er nicht offen kommuniziert, dass er seine Videos faked. Darauf kam aber keine Antwort. Dementsprechend fehlt hier das Statement seinerseits, aber ich denke, das benötigen wir nach dem ganzen Video nicht. Des Weiteren muss ich mich noch zur Selbstabsicherung auf Paragraf 51 des Urheberrechtsgesetzes berufen. Dies sagt nämlich aus, dass ich Ausschnitte von anderen Videos als Zitat benutzen darf, wenn ich daraus ein eigenes Werk mache, was ja hier der Fall ist. Ich denke zwar, dass Flashboard nicht mit der Kritik umgeht, aber man weiß ja nie. Das war's mit dem Herumgelaber. Viel Spaß mit Kapitel 1. Die meisten Ideen, gerade rund um Minecraft Hardcore Content, kommen auch in Deutschland vom englischsprachigen Raum. Ich denke, das ist jedem bewusst. Diese Ideen für sich zu nutzen und ein eigenes Video daraus zu machen, ist ja auch nichts Schlimmes. Das machen viele andere, darunter auch ich. Selbst wenn man sich an den Thumbnails orientiert oder diese nachstellt, wie ich auch beispielsweise in meinem letzten Video, sehe ich darin kein Problem. Problematisch wird es erst dann, wenn man ganze Thumbnails übernimmt, beziehungsweise klaut. Swiper nicht klauen! Swiper nicht klauen! Ach, Mann, oh! Hier nur ein paar Beispiele von Flash. Das ist Flash Thumbnail von dem Video, ich baue den größten Beacon im Minecraft Hardcore. Hier wiederum das Thumbnail von Colani. Flash Thumbnail zu, ich transformiere ein Biom in Hardcore. Hier das Original Thumbnail von Scavio. Hier Flashs, ich baue einen Planeten im Minecraft Hardcore Thumbnail. Hier das Original von Beppo. Nicht nur ähneln sich die Gebäude aus den Thumbnails, nicht zu dem, was Flash da in Minecraft baut. Der eigentliche Klau von den Thumbnails wird manchmal sogar noch vertuscht. Denn in den Original Thumbnails steht manchmal ein englisches Wort oder irgendeine Zahl und die wird dann rausgeschnitten und ein kleiner Teil Eigenarbeit hinzugefügt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Gewinn oder als Klau verbuchen soll, aber ja, es ist so oder so keine coole Aktion. Und wer jetzt denkt, es bleibt nur bei einer schlechten Verpackung, wir schauen uns jetzt den Inhalt an. Das erste Projekt, wo Flash erst richtig in der Minecraft-Szene aufgetaucht ist, ignorieren wir mal seine Fortnite-Videos, ist ein 100-Tage-Hardcore-Projekt. Das ist übrigens auch dieselbe Welt, in der jedes Bauprojekt spielt und über 1000 Tage, angeblich, verbracht bzw. überlebt hat. Wäre jetzt nur extrem schade, wenn in dieser Welt schon die ersten 100 Tage gecheatet bzw. fake wären. Woran erkennt man das? Nun ja, es dreht sich alles um diesen einen Block hier. Amethyst-Knosten. Diese kann man ohne Silk-Touch nämlich nicht abbauen. Und als Flash-Fanboy Nummer 1 habe ich mir jede Sekunde seines Videos angeguckt. Vor allem die Sekunden, wo er das Nether-Portal designt. Flash ist nämlich nur wenige Tage in der Map und hat deswegen nur eine Diamant-Spitzhacke. Man sieht nämlich ein paar Sekunden vorher, wenn er Stein abbaut, dass er Bruchstein gedroppt bekommt. Das bedeutet, die Spitzhacke hat keinen Silk-Touch und eine andere Spitzhacke gibt es bis dahin nicht. Nun hat er bei dem Design des Nether-Portals allerdings Amethyst-Knosten benutzt. Und diese kann er faktisch bis jetzt noch gar nicht haben. Wen das Ganze noch so spekulativ ist, dann gibt es noch eine offensichtlichere Sache. Guckt euch mal das Portal genauer an. Richtig, da ist ein Amethyst-Knossen-Block. Diesen kannst du im Survival gar nicht abbauen. Den kannst du nicht bekommen, das ist unmöglich. Nicht mal mit Silk-Touch. Gar nicht. Flash muss also in den Game-Mode gegangen sein, um sich diese Items zu geben. Er hat also gecheatet. Aber die 100 Tage wird er ja überlebt haben, oder? Was ist, wenn ich euch sage, dass das Ganze eigentlich schon an Tag 30 endet? Glaubt ihr mir nicht? Passt auf. Als Flash in den Nether geht und eine Bastion entdeckt, hat er 10 Level und ist kurz davor, Level 11 zu erreichen. Im nächsten Schnitt hat er allerdings nur noch 6 Level. Was ist also in der Zwischenzeit passiert? Da es sich nur um einen Cut handelt, nicht viel. Aber gut, stellen wir mal die Frage. Ist Flash A als einziger Spieler in Minecraft in der Lage, Minus-Level zu sammeln? Oder B, ist er gestorben? Ihr wollt wirklich den Telefon-Joker? Na gut, mal gucken, wen wir so erreichen. Leute, ich weiß, das kommt jetzt sehr unerwartet, aber er ist einfach gestorben. Ich glaube, das ist schon klar. Aber testen wir das Ganze mal. Wir gehen in eine Minecraft-Welt und töten uns mit derselben Anzahl an Level und sammeln diese danach wieder auf. Und wir sehen, wir bekommen ungefähr dieselbe Anzahl wie Flash in dem Video. Das Ganze wird noch daher begünstigt, dass er nach dem Cut, wo er sich schon wiederbelebt hat, Probleme mit den Brutes in der Bastion hat. An denen wird er auch gestorben sein. Zudem ist sein Inventar komischerweise komplett unsortiert. Wir hätten jetzt also geklärt, dass die Welt von Flash seit Anfang an fake ist. Aber wie steht es um die neueren Videos? Schauen wir uns zuerst mal das Ich-baue-den-größten-biegen-Minecraft-Hardcore-Video an. Der gute Flash hat nämlich sein Minecraft-Chat deaktiviert, damit man nicht sehen kann, wann er in den Game-Mode geht und so weiter. Aber auch, damit man Achievements nicht sieht. Blöd nur, wenn die auch oben rechts in der Ecke angezeigt werden. Und noch blöder, wenn man vergisst, diese rauszuschneiden. Flash bekommt nämlich in dem Video, in der er in einer Welt ist, wo er schon angeblich tausend Tage Hardcore überlebt hat, das erste Mal Diamanten. Ja, er bekommt das erste Mal das Achievement, das er Diamanten gefunden hat. Wodurch er dieses Achievement-Nest bekommen hat, ist natürlich die Frage, weil im ersten Part hat er ja auch Diamanten im Inventar. Dies müsste bedeuten, dass er irgendwie an der Welt herumgefuscht hat. Sei es die Statistiken zurückgesetzt, sich wiederbelebt haben und so weiter. Was wohl davon zutreffen kann? Nun gut, gehen wir aber mal weiter zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt alle eure Taschenrechner und Mathebücher dabei. Jetzt müssen wir nämlich ein bisschen nachrechnen. Flash möchte nämlich das Endumdesign und dafür alle Türme abbauen. Die Endtürme haben insgesamt 40.499 Obsidianblöcke. Flash baut hier in der ersten Szene einen Obsidian-Turm ab. Bei diesem handelt es sich um einen 5-Blöcke-Radius-Pillar. Dieser hat zwischen 5.300 und 5.700 Blöcke, je nach Höhe. Diesen baut Flash aber nicht ganz ab, sondern nur bis zum Endstone. Das sind je nach End zwischen 1.500 und 2.000 Blöcke. Umgerechnet also 23 bis 32 Stacks. Flash hat nach der Kamerafahrt allerdings nur 13,5 Stacks im Inventar. Also die Hälfte, wenn nicht sogar mehr zu wenig. Kann ja aber sein, dass er den Rest einfach nicht eingesammelt hat. Was bei einem Obsidian-Turm zwar sehr unwahrscheinlich ist, aber kann ja sein. Wir machen jetzt weiter. Wir sehen nämlich im nächsten Schnitt, dass er den Turm rechts neben dem ersten Turm abgebaut hat. Aus einer Szene davor erkennen wir, dass es sich um den kleinsten der Türme handelt. Welcher insgesamt 1.600 Blöcke und bis zum Endstone ca. 600 bis 900 Blöcke aufweist. Wäre also alles richtig gelaufen, hätte Flash nach diesen beiden Türmen zwischen 2.100 und 2.900 Obsidianblöcken. Beziehungsweise 32 bis 45 Stacks. Flash zeigt uns hier aber eine volle Doppelkiste, die komplett gefüllt ist. Also 54 Stacks. Was mathematisch nicht möglich ist. Hier kommen also gleich mehrere Fragen auf. Erstens, wie kann Flash, also wenn man ihm Glauben schenkt, beim ersten Pillar nur 13,56 Obsidian herausbekommen, der viel kleinere, daneben stehende Turm aber über 40 Stacks droppen. Fun Fact, um die ganze Kiste zu füllen, müsste man 4 von den größten Türmen abbauen. Man erkennt aber auch an seinem Inventar, dass er nur diese beiden Türme abgebaut hat. Denn er hat zwischen dem ersten und zwischen dem zweiten Turm nur eine Rocket und kein Essen verloren. Die Rocket wird er benutzt haben, um auf den zweiten Pillar hochzukommen, weil er sonst nicht an die Blöcke ganz oben kommt. Lustigerweise hat seine Spitzhacke nach diesen angeblichen 54 Stacks Obsidian, das sind 3.456 Blöcke, kein bisschen Haltbarkeit verloren. Dem Ganzen setzt Flash aber dann noch die Krone, beziehungsweise eher die Clownsnase auf. Denn nach einem Schnitt sind alle Türme weg. Aber er hat aus seiner Spitzhacke noch die komplett gleiche Haltbarkeit und nur zwei Raketen verbraucht. Okay. Am Ende sagt er noch, dass er über dreieinhalb Kisten voll mit Obsidian hat, zeigt aber, dass es nur drei sind und zwölf Stacks. Aber nun gut, ich will jetzt nicht auf Kleinigkeiten rumreiten. Interessant wird es aber auch bei 2 Minuten 19. Dort bekommt er beim Betreten des Ends nämlich wieder ein neues Achievement, obwohl er schon längst dort war. Übrigens hat er kurz darauf wieder einen Stack Rockets im Inventar. Keine Ahnung, wo die herkommen sollen. Gehen wir aber mal weiter zum nächsten Video. Ich habe einen Tempel im Minecraft Hardcore verwandelt? Ist der Google Translator an dem Titel schuld? Naja, jedenfalls wird Flash hier einen Tempel bauen. Und dazu diese ganze Fläche hier terraform. Hierbei hat seine Schaufel noch kaum Haltbarkeit. Aber seine Axt ist fast noch voll. Ebenfalls hat er noch 48 Fleisch im Inventar. Einen Cut später hat er eine komplette Ebene geteraformt. Seine Axt ist weg und seine Schaufel sieht man auch nicht mehr im Inventar. Weniger Essen hat er allerdings nicht. Und der hat doch für die ganze Fläche nur eine Rocket verbraucht. Aber seine Schaufel und seine Axt ist weg. Naja, eigentlich nicht weg. Er hat sie nur im Inventar versteckt, damit man nicht sieht, dass sie noch dieselbe Haltbarkeit haben. Aber nun gut, wenn man das Inventar dann noch während der Aufnahme öffnet. Selber schuld. Danach hat Flash eine neue Aufgabe, nämlich super viel Stein sammeln. Dazu geht er mit einem Full Beacon mit Haste Steinen abbauen. Und freut sich, wie schnell das Ganze doch geht. Ein kurzer Cut später und er steht mitten in dem ganzen Höhlensystem und sagt, dass das ja keine Höhle sei und alles selbst abgebaut hat. Er sagt noch, ob ihr es glaubt oder nicht. Und nein, ganz ehrlich, Flash, ich glaub's dir nicht. Ehrlich gesagt, glaubt ihr es keiner. Und hier sieht man wieder, wie unglaublich wenig Mühe er sich da begibt, das zu faken. Denn man sollte meinen, bei den abertausenden Blöcken, die er hier abgebaut hat, sollte seine Spitzhacke auch nur eine Dropility verloren haben. Nein, es ist immer noch dieselbe. Und er hat genau dieselbe Anzahl an Essen und auch noch Raketen. Es ist unglaublich. Flash vergrößert dann die Fläche. Zumindest kündigt er es an und die Fläche ist danach deutlich größer. Aber er hat schon wieder dieselbe Anzahl an Dirt-Inventar. Wie vorher vom Terraform. Ich weiß nicht, womit er Terraformt, aber anscheinend nicht mit Dirt, obwohl's da überall ist. Ich mein, wenn man schon unbedingt seine Videos faken und cheaten muss. Weil man's nicht geschissen kriegt, wenigstens 30 Tage in einer Welt zu überleben oder irgendwas abseits eines Starthuses in Minecraft zu bauen, ohne Game-Mode zu berühren, sollte man vielleicht überlegen, ob Minecraft-Hardcore-YouTuber das richtige Hobby ist. Oder Beruf. Im Essensparen ist er auf jeden Fall sehr gut. Er baut nämlich die komplette Seite einer Pyramide und hat kein einziges Essen verbraucht. Geschweige denn, mehr als eine halbe Hungerkeule verloren. Naja, man fleht ja keine Hungerkeulen, wenn man im Game-Mode ist. Doch fassen wir das mal zusammen. Wie viel hat der gute Flash denn in diesem ganzen Großprojekt, was Stunden an Arbeit gekostet hat, verbraucht? Er hat 10 Fleisch. 10. Na gut, gehen wir zum nächsten Video, in dem er ein ganzes Biom transformiert. Im Game-Mode. Mit World-Edit. Angefangen damit, dass Flash etwas Schlamm farmen will und diesen dann anschließend platziert. Aber er hat wieder mal kein Essen verloren, geschweige denn gegessen. Noch besser ist, als er selber ein bisschen erklärt, was er gemacht hat, hat er mehr Essen verbraucht, als nach der ganzen Timelapse. Was auch nicht schwer ist, weil in der Timelapse hat er nichts verloren, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und an jeden, der immer noch daran zweifelt, dass Flash cheatet, er hat den Schlamm mit World-Edit platziert. Das erkennt man daran, dass das Gras auf den Schlammblöcken noch da ist. Ich weiß nicht, wie man sich so unfassbar wenig Mühe für seine Videos geben kann. Ich muss noch kurz was aus dem Schnitt einwerfen, und zwar sehen wir in der Kamerafahrt einfach, dass er das mit World-Edit platziert. Er entfernt mit einem Befehl die Blöcke an der Seite und platziert dann in einem Radius um sich die ganzen Campfires. Er hat es nicht mal versteckt. Man muss die Geschwindigkeit nur ein bisschen runterdrehen. Naja, egal, viel Spaß bei dem restlichen Video. Das bedeutet, ihr habt im Kontext, ihr hättet die ganze Zeit Schaden bekommen müssen und Essen verlieren aber halt genau dasselbe. Ganz ehrlich, nach dem Video fühle ich mich wie ein Personal Trainer oder Abnehm-Coach, so sehr, wie ich auf Flash-Ess-Verhalten achte. Aber nun gut, egal. Kommen wir zum letzten Thema. Also, ich finde das, was Flash abzieht, auf jeden Fall echt nicht cool. Ich meine, wie viel Spaß kann das denn bitte machen, wenn man von morgens bis abends... Ja, okay, er braucht nur 5 Minuten mit den ganzen Cheats, also ist das nicht von morgens bis abends. Aber wie viel Spaß kannst du denn dabei haben, wenn du die ganze Zeit rumcheatest? Heißt, er macht das Ganze nur für... Moneten! Was ich persönlich sehr schade finde und das wird sich leider auch nicht ändern, wenn man das Ganze weiterhin schaut, weil er damit weiterhin Fettkohle macht... Ich mag Moneten! ...und damit weiterhin Cheaten wird. Es ist ziemlich offensichtlich, dass Flash seine Videos faked. Ich weiß nicht, ob ihm es wichtig ist, dass alle Leute denken, es sei real, aber er verkauft es in seinen Videos, in seinem Thumbnail, in der Beschreibung und in den Kommentaren so. Auf Vorwürfe, dass hier etwas fake sei oder etwas, die stimmt, geht da gar nicht ein. Letztlich soll das hier aber kein Vorwurf sein oder in irgendeiner Weise Hate, sondern einfach nur Aufklärung, weil ich finde, man sollte schon das bekommen, was im Thumbnail oder im Titel versprochen wird. Oder dass man immer ein eigenes Thumbnail bekommt. Aber in was für einer Weise hier Content reproduziert wird, nicht mal als Interpretation, sondern schon als 1 zu 1 Kopie mit einem auf Wish bestellt Ergebnis, finde ich schon sehr dreist. Als Appell nochmal an alle nach dem Video hier, bitte geht nicht rüber, hatet den Jungen nicht, ihr müsst seine Videos nicht gucken, ihr könnt ihn aber gerne nett drauf aufmerksam machen. Vielleicht bis hier der Erstellung, wer weiß. Das soll es aber hier gewesen sein. Es würde mich super freuen, wenn ihr auf meinem Discord kommt und ein Abo dalasst. Wir haben fast die 12.000. Habt einen schönen Abend, Morgen oder Mittag. Gehabt euch wohl, euer Hell News Time. Bis dann, ciao.